Bei der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft am 29. Februar 2004 verzeichnete die bis dahin mit der Partei rechtsstaatlicher Offensive und der FDP-Regierende CDU einen Stimmenzuwachs von 21 Prozentpunkten und konnte unter Amtsinhaber Ole von Beust eine Alleinregierung bilden. Ihr Wahlergebnis war das bis dato beste in diesem Bundesland. Die SPD Hamburg mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Miro erhielt sechs Prozentpunkte weniger als bei der Wahl zuvor, er war ihr schlechtestes Ergebnis bei Bürgerschaftswahlen seit Bestehen der Bundesrepublik. Vorausgegangen war ein Koalitionsbruch zwischen den seit 2001 regierenden bürgerlichen Parteien. Die Partei rechtsstaatlicher Offensive, die ohne ihr bisheriges Aushängeschild Ronald Schill und ohne Kurzbezeichnung angetreten war, stürzte von 19,4 auf 0,4 Prozent herab, womit sie fast ihre gesamte Wählerschaft der vorigen Wahl einbüßte. Die Partei ProDM, der Schill sich nach der Trennung von seiner bisherigen Partei angeschlossen hatte und deren Spitzenkandidat er bei dieser Wahl war, erzielte mit 3,1 Prozent einen Achtungserfolg, verfehlte jedoch den Einzug in die Bürgerschaft. Ausgangssituation Endergebnis 2004 Bei der Bürgerschaftswahl erreichte die CDU die absolute Mehrheit der Mandate. Die Landesregierung bestand aus einer CDU-Alleinregierung unter Führung von Bürgermeister Ole von Beust. Demografie Der jüngste Parlamentarier war Manuel Sarrazin mit 24 Jahren. Die vier ältesten Mitglieder der Bürgerschaft waren neu gewählte Parlamentarier, die also erstmals in dieser Wahlperiode ein Mandat wahrnahmen. Der älteste Abgeordnete war Dietrich Hort mit 79 Jahren. Hauptthemen während der 18. Wahlperiode Hauptthemen der hamburgischen Bürgerschaft waren in dieser Wahlperiode der Verkauf des Landesbetrieb Krankenhäuser, der Ausbau der Hafencity und die Errichtung der Elbphilharmonie, Untersuchungsausschüsse, Parlamentarischer Untersuchungsausschuss, geschlossene Unterbringung Feuerbergstraße. Der Untersuchungsgegenstand war die Arbeit der Einrichtung für die geschlossene Unterbringung Minderjähriger in der Feuerbergstraße. Den Vorsitz führte Dr. Manfred Jäger Parlamentarischer Untersuchungsausschuss Informationsweitergabe. Der Untersuchungsgegenstand war die Überprüfung der Weitergabe von vertraulichen Dokumenten des PUA, geschlossene Unterbringung Feuerbergstraße. Insbesondere durch PUA-Mitarbeiter, Abgeordnete, Abgeordneten oder Fraktionsmitarbeiter an den Senat und des weiteren Umgangs hiermit im Senat und den Fachbehörden und Landesbetrieben. Den Vorsitz führte Wolfgang Marx. Die letzte Sitzung des PUA fand am 27. Juni 2007 statt. Es gab keinen gemeinsamen Abschlussbericht der drei beteiligten Parteien. Siehe auch.